ARBOS, Gesellschaft für Musik und Theater in Wien, Salzburg und Klagenfurt, versteht sich als Vereinigung zur Förderung des neuen Musiktheaters. Von szenischen Konzerten, des Theaters der Jugend, gehörlosen Theater, inszenierten Räumen, theatralischen Ausstellungen sowie Formen grenzüberschreitender Kunst, Auszeichnungen. ARBOS hat für seine künstlerische Arbeit bisher folgende Preise erhalten. Der Kaiser von Atlantis, von Viktor Ullmann und P.E.T. Erkien. Musiktheaterproduktion des Jahres 1993 in Prag. Diese Inszenierung wurde bisher in Washington, D.C. Los Angeles, Ottawa, Montreal, Stockholm, Theresienstadt, Prag, Dresden, Hallein, Wien und Klagenfurt gezeigt. K. Musiktheater für den Berg von Herbert Lauermann und Christian Martin Fuchs realisiert im unteren Hohlgang der Staumauer des Großen. Mühldorfer Sees der Rödeca in 2300 Meter Seehöhe am Reisek in Kärnten. Mäzenaspreis 1994 für das beste Kunstsponsoring-Projekt in Österreich. Deferent Trängs drei Opern im fahrenden Zug durch Europa auf Bahnhöfen in Belgien, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Österreich. Artikopreis 1999. Der Europäische Kunstpreis der Financial Times wurde für die Projekte K. Musiktheater für den Berg. In Uxchuk das arktisch-alpine Kunst- und Theaterprojekt und dem Europäischen Gehörlosentheater-Konzept verliehen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Gehörlosentheater-Kinderstück für gehörlose und hörende Kinder, deren Eltern, Verwandte und Lehrer. Europa Siegel 2002 für innovative Sprachenprojekte. Theaterfallen in der Wiener U-Bahn. Sichtbares und unsichtbares Theater in den Stationen der Wiener U-Bahn-Linien U1, U2, U3, U4 und U6. Mäzenerspreis 2002. Sprechende Hände, Gehörlosentheater-Workshop-Projekt Europa Siegel 2002 für innovative Sprachenprojekte. Dada in Linie 1 und Linie 2. Sichtbares und unsichtbares Theater an Stationen der Wiener Straßenbahnlinien U1 und U2. Mäzenerspreis 2003. Nominierung zum Bank Austria Kunstpreis 2012. Künstlerische Konzepte und Produktionen. Begegnungen an der Grenze Dramentrilogie Al-Mukhafa Der Entrückte Engel und Die Fremden von Javad Karahassan mit Vorstellungen in Washington D.C. Prag, Erfurt, Wien, Salzburg, Krems, Hallein und Klagenfurt. Die Geschichten vom Reisen Musiktheater Trilogie Der Gesang der Narren von Europa Das Konzert der Vögel und UROBOS Project Time von Javad Karahassan und Herbert Genschacher mit Vorstellungen in Odessa Prag, Radek, Hallowei, Berlin, Erfurt, Leipzig, Klagenfurt, Salzburg, Hallein und Singapur. Spuren zu Viktor Ullmann Das Viktor Ullmann Projekt mit den Produktionen der Kaiser von Atlantis. Die Weise von Liebe und Tod des Kornes Christoph Rilke Der fremde Passagier Der zerbrochene Krug in Tschechien, Österreich, USA und Kanada Krieg ist gleich Dada, Kunst und Krieg im Spiegel des 20. Jahrhunderts Von den Balkankriegen am Anfang des 20. Jahrhunderts Den großen Kriegen 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945 bis zu den Balkankriegen am Ende des 20. Jahrhunderts Im blutigsten Jahrhundert der Geschichte der Menschheit sowie die Folgen für das 21. Jahrhundert in Österreich Italien, Slowenien, Ungarn, Deutschland und Polen Zeuge und Opfer der Apokalypse Der österreichische Komponist Viktor Ullmann im Ersten Weltkrieg als Artilleriebeobachter Zeuge des Gasangriffs An der Isensofront am 24. Oktober 1917 bei Boweck und im Zweiten Weltkrieg als Opfer der Vernichtung durch Giftgas am 18. Oktober 1944 in Auschwitz Ein Ausstellungsprojekt mit neuen Dokumenten und Forschungsergebnissen zum Ersten Weltkrieg Filmen und Tondokumenten auf der Klosterruine in Arnoldstein 2007 und im Dokumentationszentrum der Stiftung Neue Kultur in Prora auf der Insel Rügen 2008 Partner, Kooperation und Gastspiele von ARBOS gibt es in 32 Ländern auf vier Kontinenten in Australien, Asien, Amerika und Europa Projektpartner von ARBOS sind unter anderem Tita 3, Stiftung Neue Kultur, Dokumentationszentrum Tempora, Ballet Unit, Kamprak, Renaissance Foundation, CINAS, Kulturforum, Hallein, Quest, Visual Theater, Traumas, Midschan, Kultu, Husset, ART 2B, Singapore Arts Festival Internationale Kooperationen ARBOS ist Mitglied bei folgenden internationalen Organisationen Musiker Reanimator Berlin New Op International Contemporary Music Theater Conference Dev Theater Network Europe Vienne